Darum wollte ich eigentlich hinaus, Alter. Ich will echt nicht sagen. Doch, wolltest du schon hinaus. Wir haben das Justen nur mit hinüber. Herrlich. Aber wenigstens dein Lachen jetzt am Anfang drauf. Na, da fängt's doch schön an. So. Geht los, ich hab... Du bist doch underpowered Ford, ey. Ja, ich auch. Wo bist du? Oh, da. Ich Junge. Was? Ach so, das ist PvP, ne? Ja. Oh Gott, vorsichtig, wenn ne Haarnagelkurve dabei ist. Dann werden wir alle ganz schön... ...dupp aus der Wäsche gucken. Oh, Mann. Was, Schneckenrennen. Jetzt haben wir ne Doppelüberholung gemacht. Nice. Ich brems wegen dir. Du hast auch gebremst. Ich glaube, der eine will mit dir kuscheln. Alexander. Ah, der hat mich wieder ausgeplettet. Sehr schön. Na, lass mich hin. Danke. Ach so, ich hab's geknommen. No, da. Allerker. Dah... Ich hab's nicht in den Korp eigenlijk voll gehalten. Ja, haha. Weil es verliert mit der Karine. Ach so, gut den Scheitelpunkt treffen. Oh, ich hab gebremst. Nein, ich hab verloren. Was hat denn der da vorne für eine Klasse? Weißt du das? Nope. Okay. Ach, das ist ja PvP sowieso so ein Team-Event immer, ne? Was ist denn in der Geburt? Das ist ein Vorteil. Ich hab wenigstens noch ein Schild mitgenommen. Du schneidest davor oder einfach ins Wasser? Oh, hinter mir ist überhaupt gar keiner zu sehen. Mal gucken, was das für eine Klasse hat der. Was haben die gemacht? Oh, jetzt kommen sie. Alle mit... Ah, okay, dafür war er gar nicht so weit weg. Ne, wir haben noch ein Gegner-Team, ein 600er. Ja, ne, ja, aber das ist das Spiel halt. Bei uns. Das sind ja dritte Avatar halt, da drüben. Das ist ein generischen Gegner. Ach so. Ah, wie ich als Solospieler immer du zum Beispiel, also wenn ich Solospieler hab ich dich ja immer als Namen dabei. Genau. Wo er immer außergewöhnlich schlecht färbt. Deswegen ist das... Das kann ich nicht beurteilen. Dieser Computer ist innerhalb von zwei Kurven immer überholt. Oder nahezu immer. Das war's? Ach so.